Die Wolfgang Gruppe steht seit über 30 Jahren für konsequent nachhaltige Mobilität. Wir bauen Infrastruktur für erneuerbare Energien, für Dekarbonisierung von heute synthetisch hergestellten Diesel, Benzin, Treibstoffen bis zu allen bekannt Wasserstoff, Biogas, flüssiges Biogas. Dafür bauen wir die notwendige Infrastruktur. Insofern, ohne unsere Infrastruktur wäre eine Energiewende hinsichtlich emissionsfreier Mobilität gar nicht möglich. Der Schritt an die Wiener Börse war für die Wolfgang Gruppe ein wesentlicher Schritt. Wir haben dadurch einerseits die Möglichkeit geschaffen, durch Kapitalmaßnahmen Wachstum zu finanzieren. Auf der anderen Seite ist das kontinuierliche Gespräch und der Kontakt mit Investoren sehr wichtig, um Feedback aus dem Markt zu bekommen und natürlich auch, um weitere Kundenkontakte akkurrieren zu können. Die Wolfgang Gruppe hat die richtigen Produkte, um die Energiewende schnell umsetzen zu können. Man hat in der letzten Zeit gesehen, Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen ist nicht mehr gewünscht. Aus umwelttechnischer Sicht, aus strategischer, aus politischer Sicht. Es wird einen Weg hin zu Biotreibstoffen geben, Biogas, Wasserstoff. Dafür haben wir seit über zehn Jahren über 100 Projekte realisiert und freuen uns, hier den entscheidenden Beitrag leisten zu können, schnell die Infrastruktur dafür zu bauen. Es werden Lokomotiven, Schiffe, schwere LKWs, Flugzeuge mit Wasserstoff fahren. Es gibt auf der anderen Seite auch 300 Millionen Fahrzeuge, die immer noch mit Diesel, mit Benzin fahren, die auch täglich neu gekauft werden und auf die Straße kommen. Die werden noch viele, viele Jahre klassische Tankstelleninfrastruktur benötigen. Dafür haben wir die richtigen Methoden, um das Leben zu verlängern und diese sicher, umweltmäßig sicher und für den Kunden sicher betreiben zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017